Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um die russische Power Metal Band Arida Vortex. Diese veröffentlichte ihr neues Album Riders of Steel über Soundage Productions. Das Album wurde im Navajo Studio von Arkady Navajo gemischt und gemastert. Grafik stammt vom Mayhem Project Design. Das war es auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare oder abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.